Ich habe mich heute mit Olli getroffen, da ist er im Hintergrund. Olli hat einen YouTube-Kanal, wo er ja so ein bisschen erklärt, wie man denn mit den FPV-Drohnen auch vernünftig fliegt, denn eine coole Drohne zu haben ist ja das eine, aber man muss ja auch so ein bisschen wissen, was man da macht an den Sticks und das erklärt Olli auf seinem Kanal. Und ich stelle euch heute den Olli, seinen Kanal und was er so macht und womit er so fliegt einfach mal ein bisschen vor. Yo, grüß euch. Mein Name ist Oliver Michael und am meisten kenne mich unter Olli mir eigentlich in Foren bzw. auch auf YouTube oder Facebook, Instagram. Ja, ich bin 41 Jahre alt, komme aus der Region, also wohne in der Region Braunschweig. Das ist ja in Hannover immer so ein bisschen zweideutig zu sehen, aber komme ursprünglich aus dem wunderschönen Harz, also aus Goslar, aus dem Vorland. Ja, fliege seit 35 Jahren Modellflugsport und bin vor acht Jahren eigentlich in das ganze Thema Drohnen eingestiegen. Baue selber Drohnen, bin vorher Race geflogen und jetzt habe ich Freestyle für mich entdeckt. Mache nebenbei so ein bisschen die Ausbildung bei der Feuerwehr für die Wärmebildkamera bzw. für die Drohne mit Wärmebildkamera. Bin dafür in unserem Landkreis zuständig und habe einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich mittlerweile sehr viele Tutorials habe, wo ich vielen Anfängern erkläre oder auch Fortgeschrittenen, wenn sie noch was dazulernen wollen. Freestyle-Tricks bzw. die Anfänge, wie fange ich an, wo gehe ich hin, kurze Clips. Und ja, das nächste Clip oder der nächste Clip wird der Individual Your Spin sein. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, wie das funktioniert, was abgeht, schaltet ein, klickt drauf und ihr werdet vielleicht geschult. Mal gucken. Trottel, Trottel weg, Flip, Yaw und Flip, Trottel. Ganz wichtig, wenn ihr flippt und seid auf dem Kopf, kein Trottelgabe. Air-Mode auf jeden Fall eingeschaltet lassen, damit ihr die Stabilität behält, aber kein Trottel, weil Massebarbeschleunigung, Erdanziehung, drückt euch nach unten und ihr seht schneller in dem Boden, als ihr euch liebt. Ja, kurz zu meiner Technik. Ich fliege seit Anfang des Jahres digital. Ich habe mit analog angefangen, habe mir letztes Jahr sogar noch eine HDO2 gekauft. Naja, gut, okay, alles klar. Die fliege ich aber noch mit meinen Wings, also ich fliege auch noch nebenbei Wing und die benutze ich halt dafür, da fliege ich analog weiter. Sonst digital habe ich mir mittlerweile eigentlich ein ganz geiles Setup zusammengestellt. Wie gesagt, ich fliege die V1-Brille, die habe ich halt günstig geschossen. Man muss ja auch nicht immer das neueste kaufen, die V2. Ich fliege eine Tango 2. Ich finde diese Fernbedienung sehr, sehr handlich und schön in der Hand. Ich habe mir ja noch den Grip an der Seite drangemacht durch einen Kollegen hier, der mir das auch gezeigt hat. Von daher, das fliegt wirklich gut, weil ich da oben Zeigefinger fliege. Das ist perfekt. Gerade mal schnell einen Rucksack reingeworfen. Echt genial. Ja, ich habe mich jetzt für einen Copter entschieden für den NetSchool 5. Ich fliege ein 4S Setup, also kein 6S, weil ich habe vorher auch immer 3S geflogen. 4S finde ich halt auch sehr nice. Die Akkus sind halt auch nicht unbedingt so teuer und man kriegt halt die Akkus auch sehr, sehr gut und es macht halt auch die Schwere des Copters aus, dass es ein bisschen leichter ist. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt für den NetSchool 5 entschieden. Den habe ich jetzt fast dreimal fertig gebaut, als dreimal Backup-Copter, weil einfach auch die Arme sehr dick sind. Er ist sehr robust und was ganz wichtig ist, sind alle Druckteile mit dabei. Also egal, was ich halt irgendwie mir dazu holen will oder was ich vielleicht drucken kann oder sowas, ist alles mit dabei. Wie gesagt, Antennenhalter und die Props beziehungsweise die Motorschütze sind alle mit dabei und das ist einfach genial, das Teil. Also ich kann nur sagen, wer damit sich das Ding fertig gebaut kaufen will, macht absolut nichts falsch. Ich habe meinen selber aufgebaut, weil ich halt gerne selber baue. Aber wie gesagt, den gibt es auch als Fertigcopter und ich kann nur sagen, Daumen nach oben, fliegt hervorragend ans Duck. Was ich noch vergessen habe euch zu sagen, holt euch einen anständigen Buzzer oder einen Pieper. Ich habe hier einen Buzzer, den ich abnehmen kann. Der wird separat aufgeladen, weil wenn nämlich die FC sich aufhängt und ihr kommt nicht mehr drauf zurück, könnt ihr mit euren Schaltern machen, was ihr wollt, da piept gar nichts mehr. Und das ist mir nämlich schon mal passiert in einem hohen Gras. Und ich habe das Ding fast eine dreiviertel Stunde, eine Stunde gesucht, bis ich es dann irgendwann durch Zufall gefunden habe, beziehungsweise die GoPro WLAN aktiviert habe und sie darüber gefunden habe. Und das kann einem echt den Kopf kosten und die Nerven und den Spaß dabei. Also so ein separater Pieper, der hat eine Lagererkennung, der fängt nach 30 Sekunden an zu piepen. Den kann ich nur wirklich ans Herz legen. Der kostet glaube ich 17 Euro oder so. Aber es sind 17 Euro. Wenn das Ding verloren geht, sind es 400 bis 500 Euro. Und es gibt genug Leute, die sowas schon verloren haben. Also Pieper, Must-Have und am besten mit eigener Stromversorgung, der selbstständig anfängt zu piepen, Leute. Genau. Ohne eigene Stromversorgung macht es glaube ich auch gar keinen Sinn. Also wenn, dann so ein. Und wie gesagt, ich habe Klett dran gemacht zum Tipp und ich kann ihn halt an jeden Copter abmachen und an den anderen Copter dran kletten. Also man muss ja jetzt nicht jeden einen kaufen, sondern man kann ihn einfach abmachen. Und wenn der abfliegt, liegt er in der Nähe des Copters. Also man findet ihn immer. Und hier auf dem nächsten Copter ist schon das nächste Klebetritt. Perfekt. Richtig cool. Und damit kann ich den ganzen Tag fliegen. Der Akku reicht völlig aus von dem Teil. Das kannte ich auch noch nicht mit so einer Lagererkennung. Das wusste ich auch noch nicht. Die gab es früher in Gelb. Ich weiß gar nicht, wie die genau hießen. Die sind dann vom Markt runtergekommen, leider. Und jetzt hatte sie, ich weiß gar nicht, wo ich sie jetzt her habe. Irgendeinen deutschen Shop hatte ich sie jetzt glaube ich gekauft. Und man hört ja, wie gesagt, er erkennt es dann. Und nach 30 Sekunden fängt er halt an. Beziehungsweise wenn er dann wirklich in diesen Synchronpiepen übergeht und ich komme in die Nähe, fängt er halt stärker durch die Lage Veränderung halt. Also must have, Leute. Cool. Ja, dann wird es Your Spin. Damit könnt ihr eure Videos so ein bisschen aufpolieren. Eigentlich zum groben Erklären halt erstmal, es ist halt eine Drehung auf dem Kopf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den halt durchzuführen. Einmal mit einer Cross-Coordinated Rolle, Cross-Coordinated Roll oder halt mit einem Flip nach vorne oder hinten. Also ein Halb-Flip. Aber den werde ich ja noch ausführlich jetzt beschreiben. Und wenn ihr den unbedingt wissen wollt, wie der geht, dann geht auf meine Internetseite und beziehungsweise auf meine YouTube-Seite und schaut euch das ganze Tutorial in den nächsten Tagen dazu an. Und lasst euch überraschen. Genau. Und auch wenn diese ganzen Begriffe, die der Olli gerade verwendet hat, wie Roll, Pitch, Your, Inverted, was hast du noch gesagt? Cross-Coordinated hat er auch noch gesagt. Wenn ihr auch da alle sagt, was ist das denn und was meint er denn und wie funktioniert das denn? Genau das alles erklärt der Olli drüben auf seinem Kanal. Also guckt mal unten in die Videobeschreibung. Haben wir Ollis Kanal verlinkt und dort ist das alles nochmal ganz genau erklärt, was er damit genau meint und wie das funktioniert und welche Achse für was eigentlich zuständig ist und wie man das dann zum Schluss auch hinkriegt, dass man eben so schön um die Kurven fliegen kann und dass das dann so schön smooth und gerade aussieht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie geht's? 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 Das war es heute auch schon wieder von mir und hier dem Besuch bei dem Olli oder beziehungsweise dem Treffen mit dem Olli. Ich möchte euch aber auch noch den Matthias und die webseite FPV verzeich FEISPR legen das ist ja eine web community für fpv freunde da kann man videos hochladen kann sich vernetzen befreunden und austauschen man kann auch sachen verkaufen und kaufen dort ist auch ein kleiner marktplatz mit angegliedert schaut da mal rein das ist auf jeden fall eine richtig coole sache den link dazu findet ihr unten in der video beschreibung genauso auch wie den link zu ollis kanal und vergesst auch nicht unseren kanal zu abonnieren und zu liken und wir sehen uns beim nächsten mal bis zum nächsten mal